Sie wollen euren gesamten Alltag infiltrieren. Euren TikTok-Feed, eure Feierabendplanung, eure Fitnessroutine, eure Lesegewohnheiten. Das alles, um die AfD an die Macht zu bringen. Ich spreche vom sogenannten Vorfeld der AfD, einem Netzwerk, das bis in die Neonazi-Szene reicht. Noch nie gehört? Ist aber wichtig, um den Erfolg dieser Partei zu verstehen. Bald ist ja schon die nächste Wahl in Brandenburg. Wer gehört zu diesem Vorfeld und wie gehen sie vor, um gerade auch junge Menschen anzusprechen? Das klären wir jetzt. Ich bin Marius Meistermann und das ist Shortcut. Bei mir im Studio ist Ann-Kathrin Müller. Sie recherchiert für den Spiegel nicht nur zur AfD selbst, sondern auch zu deren Helfern und Hintermännern. Hallo Ann-Kathrin. Hi. Bevor wir im Detail einsteigen, würde mich einmal interessieren, wie viele Kanäle und Accounts musst du eigentlich so im Blick behalten, um dieses Vorfeld, Umfeld der AfD zu erfassen? Also ich habe so ein paar identifiziert, die so die Vorreiter vielleicht dann jeweils in dem Feld sind oder die so als die Vordenker für einen Teil dieses Vorfelds halt gelten. Und wenn man denen folgt, dann kann man das eigentlich ganz gut nachvollziehen und dann guckt man eben dann nochmal rein. Und ja, aber das ist relativ viel. Kostet viel Zeit, das auch im Blick zu behalten. Auf jeden Fall. Dann nutzen wir mal deine gesammelte Expertise und schauen uns genauer an, wer dazugehört und mit welchen Methoden dieses Netzwerk arbeitet. Es ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, dass eine Partei Unterstützerinnen, Unterstützer hat, Aktivistinnen, Vereine, Thinktanks, die eben dafür arbeiten, dass die Partei erfolgreich ist. Wo ist denn jetzt der Unterschied bei diesem sogenannten Vorfeld der AfD? Also man muss schon sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel an Greenpeace und die Grünen denkt, dass das eine unterschiedliche Qualität hat, weil sozusagen die Organisation für sich entstanden ist und die wahrscheinlich natürlich in ihren Zielen, Umweltschutz, Naturschutz, dann der Partei am nächsten steht. Aber es ist schon getrennter als das, was wir jetzt bei der AfD sehen. Da sehen wir eben, dass es so ein eigener Mikrokosmos ist. Also dass sie wirklich so Medien gegründet haben, die quasi ihre Propaganda verbreiten, dass wir Bücher Verlage haben, dass wir eben all diese Aktivitäten haben, die nur darauf aus sind, im Endeffekt eine Diskursverschiebung nach rechts zu schaffen, nach rechts außen und die dann eben wiederum der AfD helfen soll. Und da sieht man auch ganz viele Verquickungen. Also da werden irgendwie Leute aus diesen Vereinen oder diese Aktivisten werden halt bei der AfD angestellt. Das heißt, die kriegen dann über Bundestagsjobs oder Landtagsjobs halt irgendwie auch Steuergelder. Und die fließen dann wieder in diese anderen Aktivitäten ein, die dann wiederum der AfD helfen sollen. Und das endgültige Ziel dieses Vorfelds, worin besteht das? Also im Endeffekt ist es der Versuch, eben eine rechtsextreme Wende in diesem Land zu schaffen. Und da ist eben die Denkweise, dass man sagt, wir schaffen das erst, wenn wir in den Köpfen der Menschen sind und damit eben den Diskurs sehr weit verschoben haben. Und man muss ja auch sagen, dass es leider schon zum Teil etwas geklappt hat, den Diskurs zu verschieben. Ich merke das selber auch, wenn ich zum Beispiel durch meinen Feed bei X scrolle. Da ist ja mittlerweile auch eine sehr hohe Dichte an rechtsradikalem Content. Mir ist zum Beispiel letztens ein junger Mann aufgefallen, der offen über seinen Support und seine Strategien für die AfD spricht. Eric Ahrens heißt er. Da macht er zum Beispiel eine Art Tutorial die Runde, wo er zeigt, wie man auf TikTok so Fake-Videos erstellen kann, indem man Tanzvideos von fremden Frauen runterlädt, dann so eine KI-Song mit AfD-Botschaften drunter packt und dann wieder hochlädt. Welche Bedeutung hat so eine Strategie und welche Bedeutung hat dieser Eric Ahrens für die AfD? Also grundsätzlich muss man sagen, ist sich die AfD sowieso nicht zu schade, irgendwie hier und da zu tricksen und deswegen auch sozusagen zu behaupten, dass man viel stärker sei, als man ist und deswegen auch so eine Vormachtstellung eben dann auf TikTok über solche Methoden sich versucht zu erarbeiten. Eric Ahrens ist eine interessante Figur, gibt inzwischen sehr viele, die sich von dem distanzieren, interessanterweise. Gleichzeitig hat er eben auch eine Art Mini-Followerschaft, die eben das toll finden, was er macht. Und er hat sich eben als Devise ausgegeben, dass er eben genau Videos, die gut funktionieren, auf TikTok eben erstellen will, hat das sehr sozusagen auffällig gemacht für Maximilian Krah, verbindet da eben interessanterweise sogar Rassentheorie mit irgendwie toxischer Männlichkeit und allen möglichen Dingen. Eric Ahrens Das waren diese Videos, wo Krah vor dieser Bücherwand stand und über Männlichkeit geredet hat? Eric Genau und darüber, dass man, wenn man ein echter junger Mann sein will, der rechts ist, dass man dann keine Porno schauen soll und so. Also auch der Versuch in so eine Art Insel-Szene vorzudringen, da steckte offensichtlich auch Eric Ahrens dahinter. Und nur kurz Insel, also Involuntary Celebrity. Genau, das sind junge Männer, die unfreiwillig zelibatär leben, also keinen Sex haben und deswegen eine Art Frauenhass entwickeln, weil sie die eben mit dafür verantwortlich machen. Oft auch verknüpft mit so einem Rassismus, dass Frauen ja angeblich irgendwie migrantische Männer wollen und deswegen sie zu Hause sitzen und keine Freundin haben. Und in diese Szene hat Krah eben mit solchen Videos auch versucht vorzudringen. Und da steht er hinter und er ist jetzt schon relativ gut ausgeleuchtet, würde ich sagen, wie rechtsextrem seine Denke ist. Eric Ahrens hat jetzt gerade auch erst nochmal gesagt, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, nicht rassistisch zu sein. Also er sagt sehr, sehr offen, was er denkt. Er versucht da gar nicht zu verstecken und verkleidet es auch nicht hinter irgendwelchen schicker klingenden Begriffen oder so, wie das andere tun im Umfeld der AfD. Aber auch das zahlt eben darauf ein, den Diskurs zu verschieben, den Rahmen des Sagbaren. Denn wenn man das mehrfach sagt, beim dritten, vierten Mal, finden die Leute es dann vielleicht gar nicht mehr so skandalös. Eric Ahrens kommt ja selber aus der Identitären Bewegung, habe ich gelesen. Und spätestens seit diesem Korrektivbericht Anfang des Jahres über dieses Treffen in Potsdam, Stichwort Remigration, kennen ja viele auch diese Gruppe. Martin Sellner ist ein wichtiger Kopf. Wie gehen die denn vor, auch als Teil dieses Vorfelds der AfD, um die Partei zu pushen? Also die Identitäre Bewegung hat erkannt, dass sozusagen die alte Neonazi-Strategie irgendwie mit Schulhof-CDs und irgendwie Szene-Kleidung, Glatze, Springerstiefel, dass das halt quasi aus der Zeit gefallen ist und dass man auch nicht sofort zeigen will, was man denkt, sondern dass man das eher so ein bisschen verkleidet. Also man hat irgendwie normale Klamotten an, eher die Sneaker. Man tritt sozusagen so ein bisschen schicker auf. Man verkleidet auch Worte wie Ausländer raus zu Remigration oder man ruft dann eben, macht die Grenzen dicht, Festung Europa, all diese Dinge. Das heißt, man verkleidet den Rassismus und die Art und Weise zu denken und dass man eine Art homogenes Volk halt haben will hinter so etwas intellektuelleren Begriffen. Man ist auch ganz spezifisch auf eine studentische Community zum Teil gegangen. Man ist sehr gut vernetzt mit Burschenschaften. Man hat sich um Uni-Projekte gekümmert und man hat Aktionen an Unis gemacht. Das heißt, man will so eine Art elitäreren Rechtsextremismus damit vollziehen. Ich habe mir vor unserem Gespräch mal so ein bisschen angeschaut, was die alles anbieten, weil man denkt ja vielleicht, okay, die machen Demos und reden und publizieren irgendwas und damit hat es sich. Aber die haben ja sogar einen eigenen Shop, wo man Proteinpulver kaufen kann, habe ich gesehen. Angeblich, Zitat, die erste Eiweißmarke, die sich noch den echten Sportlerwerten verschreibt und Zitat, ohne aufdringliche Regenbogenideologie. Ist das einfach Geldmacherei oder was soll das, wenn da so ein Proteinpulver im eB-Shop steht? Also dieser Shop ist wirklich interessant, weil sich da ganz viel vermengt aus diesem Vorfeld. Da hat man nämlich die eB-Produkte und aber auch das von der jungen Alternative, also das von der offiziellen Nachwuchsorganisation der AfD. Und man kann eben T-Shirts kaufen mit entsprechenden Logos. Man kann irgendwelche Aufkleber, die man in der Stadt stickern soll, sozusagen kaufen. Und man kann inzwischen, das ist relativ neu, auch Proteinpulver kaufen. Da steht auch die wahre toxische Männlichkeit, sozusagen. Also man spielt damit, man macht inzwischen eben auch ganz viel Freizeitgestaltung. Man geht zusammen trainieren, Kampfsport, Schießen gehen. Man macht bei X-Latics gemeinsam mit. Man inszeniert es dann auch alles, macht entsprechende Videos und Fotos und lädt das dann eben hoch auf verschiedenen Kanälen und sagt eben, hier seht ihr, also wir sind junge, sportliche, agile Männer, sozusagen. Ein paar Frauen sind auch dabei. Und so wollen sie eben quasi attraktiv wirken. Und ist das Ziel dabei, die Leute zu AfD-Wählern zu machen? Oder steckt noch was anderes dahinter, dass sie die sozusagen tiefer gehend rekrutieren wollen? Also ich glaube, es geht darum, eben auf verschiedenen Ebenen ansprechbar zu sein. Und eben nicht nur mit so einem politischen Stammtisch, sondern eben auch mit so Freizeitaktivitäten. Da kann man dann eben erzählen, dass man quasi die neue, ja, sie sagen auch sowas wie, wir sind die letzte Generation, die Deutschland noch retten kann, so ungefähr. Und die Idee ist eben dann über diese Leute auch Druck auf die Partei wiederum auszuüben, interessanterweise. Nämlich, dass sie bloß nicht von dem Weg nach ganz rechts außen abkommt, sondern diese völkischen Ideale vertritt und dafür auch Politik macht. Jetzt haben wir schon über die erste Reihe des Vorfelds gesprochen. Das, was sich so direkt auch an die Zielgruppe richtet. Lass uns jetzt mal schauen, wer hinter diesem Netzwerk steht. Ann-Kathrin, über die sogenannten Neuen Rechten wird ja schon seit Jahren berichtet. Im Zentrum steht dabei ein Vordenker namens Götz Kubitschek. Der betreibt einen Verlag und einen Think Tank, die der Verfassungsschutz beide als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Warum ist er so eine wichtige Figur für dieses Vorfeld der AfD? Also er hat es einfach sehr geschickt geschafft, sich da so zu inszenieren als derjenige, der da eben schon sehr, sehr lange diese Arbeit macht und dieses Vordenken sozusagen. Und dass man sich an ihm orientieren kann. Er ist auch sehr gut mit der AfD verquickt. Also da gibt es sehr viele Vernetzungen. Er richtet auch Feste aus, wo dann irgendwie AfD-Funktionäre kommen und andere Dinge. So Spitzenkräfte auch? Absolut. Die Spitzenpolitiker, es waren alle Landeschefs aus dem Osten, glaube ich, schon da. Die sitzen dann da auf dem Podium, reden mit ihm. Also da gibt es gar keine Form der irgendwie Distanzierung oder dass man irgendwie versucht, noch Abstand zu halten. Auch Alice Weidel war schon da und hat da eine Rede gehalten. Also man hat das sehr geschickt gemacht, eben zu sagen, hier diese AfD, die da neu gegründet wurde, ist irgendwie noch so eine Professoren-Eurokritiker-Partei, aber wir wissen, wo wir wirklich hinwollen. Und wir haben quasi den Plan. Und man hat sich ja dann auch sehr gut organisiert. Man war auch sehr eng mit dem Flügel. Man hat sogar Flügeltreffen bei Kubitschek abgehalten. Flügel war diese besonders radikale Gruppierung in der AfD. Ich erinnere mich immer daran, dass Björn Höcke da so die Leitfigur war. Genau. Er war die Leitfigur zusammen mit damals noch Andreas Kalbitz, der inzwischen nicht mehr in der Partei ist, weil er sich zu viel mit seinen Kollegen gestritten hat. Aber die haben eben sich sehr gut organisiert und es eben nach und nach geschafft, die Partei genau in diese Richtung zu drängen. Genau in diese Richtung, wo Götz Kubitschek auch immer hin wollte. Du hast gerade schon gesagt, als die AfD neu war, die gibt es ja jetzt so seit gut zehn Jahren. Aber das heißt, der Kubitschek und seine Leute, die waren schon lange vorher aktiv und haben sich so ein Gedankenkonstrukt entwickelt, mit dem sie dann auch in die Politik rein wollen, oder? Also vielleicht kannst du mal beschreiben, welche Ideologie er eigentlich verfolgt. Genau. Also diese Denkfabrik, wie sie das nennen, die gibt es schon seit gut 25 Jahren. Und er hat davor auch noch mit einem anderen Vordenker zusammengearbeitet. Karl-Heinz Weismann heißt er, der auch wichtig ist für die Szene, allerdings eher in eine andere Richtung ideologisch sozusagen gegangen ist. Etwas gemäßigter im Vergleich zu Kubitschek zumindest. Und er jetzt so bei der Jungfreiheit eine Rolle spielt, in der AfD in der Zeitung. Das heißt, man hat all diese Leute, die halt seit 20, 30 Jahren eben versuchen, Deutschland mehr nach rechts zu drängen, an den rechtsextremen Rand. Die sind quasi in diesem Vorfeld jetzt versammelt und die sind alle sozusagen dabei, diese Gedanken vorzuformulieren. Es ist eben eine im Kern völkische Ideologie, die versucht ein, ja am Ende, das sagen sie nicht, da sind sie zu smart, aber ein weißes Volk am Ende wieder herzustellen. Also es gibt jetzt erste Anzeichen dafür, dass sie das jetzt auch mehr nach vorne bringen. Also es gab jetzt T-Shirts zum Beispiel bei der jungen Alternative mit White Boy Summer, solche Dinge. Und sie nennen das aber geschickter, dass sie eben von einem homogenen kulturellen Volk irgendwie reden, von Ethnien und so weiter. Weil sie auch wissen, dass sie beobachtet werden am Ende, ne? Genau, beziehungsweise weil sie glauben, dass dieses ganz Oldschool quasi die alte Rechte, deswegen heißt es auch neue Rechte, dass das sozusagen ein Modell der Vergangenheit ist und dass man jetzt eben bürgerlichere Schichten damit ansprechen kann und so eben nach und nach den Diskurs verschiebt, weil man dann, wenn man sozusagen so platt eher sagt, ja die Grenzen müssen alle dicht, wir müssen das machen, dass dann sozusagen, also dass der politische Arm ist, dass man dann quasi mehr in die Mitte kommt und die Mitte mit rüberziehen kann. Wir haben jetzt schon über so viele verschiedene Kleinigkeiten gesprochen, Publikationen, Merchandise, Veranstaltungen. Wie läuft denn so bei Kubitschek und seinem Umfeld die Rekrutierung von Mitstreitern, die dann wirklich auch auf lange Sicht da im Hintergrund aktiv sind? Also Kubitschek und seine Leute setzen sehr explizit auch auf junge Leute. Sie veranstalten zum Beispiel so Akademien, Winter- und Sommerakademien, wo Leute bis 35 Jahre quasi nur eingeladen sind. Auf dem Podium sitzen dann auch Ältere, aber im Publikum sollen vor allen Dingen junge Leute sein. Und ich würde sagen, das ist so schon die zweite oder dritte Stufe quasi im Rekrutierungsprozess. Also da kommt man auch nicht einfach so hin. Also man kann es ja theoretisch einfach anmelden, aber sie werden schon gucken, wer das so ist. Ich würde da wahrscheinlich nicht weit kommen jetzt. Wahrscheinlich nicht, weil bei dir dann auch irgendwann der Spiegel auftaucht. Aber tatsächlich ist es so, also man versucht sozusagen über Social Media, aber auch über diese anderen Kanäle, diese Zeitschriften, einen Podcast, was die da alles produzieren in Schnellruder, so heißt der Ort, dass sie da eben sozusagen erstmal Interesse wecken. Dann ist man vielleicht angebunden an die AfD oder die junge Alternative und dann kommt man irgendwie dahin und das ist dann schon so ein bisschen so, man darf dann in den Inner Circle dieser Leute. Man bekommt dann da ganz viel so pseudo-intellektuelles Gerede, zum Teil auch intellektuelles Gerede, aber eher pseudo-intellektuelles. Da geht man dann auch an diese Vordenker von der neuen Rechten auch aus anderen Ländern. Also man hat dann, man sieht ja dann irgendwie einen sogar linken Kommunisten, der aber diese Theorie mit der Metapolitik, so nennt man das dann, dass man in die Köpfe zuerst rein will. Man hat dann irgendwelche französischen rechtsextremen Vordenker, die man dann immer wieder zitiert. Man geht auch immer wieder auf Ernst Jünger und dann klingt das alles so wahnsinnig elitär, was man da erzählt und dass man es einfach besser verstanden hat als der ganze Rest des Landes oder der politischen Elite, gegen die man dann sich wieder, also es ist ganz interessant, man will ja immer anti-elitär sein bei der AfD und sagt hier, die sind alle, die wollen dann die Fleischstöpfe der Macht und so. Und gleichzeitig hat man da so ein super elitäres pseudo-intellektuelles Event, wo man dann irgendwie Leute einlädt und dann auch irgendwie wieder schicke Fotos macht und die dann wieder verbreitet. Also es ist interessant, dass du das sagst. Also da gibt es diesen intellektuellen Anschein mit einem Verlag, einem Institut, Denkfabrik und so weiter. Und dann gibt es aber noch einen anderen prominenten Kopf, den einige wahrscheinlich auch schon kennen aus dem AfD-Vorfeld. Das ist Jürgen Elsässer, der unter anderem für das Kompaktmagazin bekannt ist. Wie tritt der denn im Vergleich zu Kubitschek und dieser pseudo-intellektuellen Riege auf und wie hilft er der AfD damit? Ich würde sagen, so im Vergleich ist Jürgen Elsässer eher so der Marktschreier vielleicht. Also der ist sehr on the nose, wie man sagen würde. Also einfach auf die Zwölftraube, das Kompaktmagazin gibt sich auch gar keine Mühe, irgendwas zu verstecken. Die hetzen halt gegen alle Regierungspolitiker, die loben irgendwie alle AfD-Politiker. Eine Zeit lang haben sie auch Sarah Wagenknecht gelobt für ihren Russland-Kurs. Da sind sie jetzt so ein bisschen vornab, weil sie sich zu sehr von der AfD distanziert. Also auch da merkt man, wo die wahren Loyalitäten sind. Russland ist immer der Freund und Partner. Also da gibt es sozusagen sehr marktschreierische Inhalte. Und auch in dem Shop von Kompakt kann man irgendwie Sachen kaufen von Neonazis. Zum Beispiel ein Kochbuch, wo es irgendwie die 88 besten Gerichte gibt. 88 ist ein Neonazi-Code für Heil Hitler. Also da gibt man sich jetzt auch wenig Mühe, irgendwie zu verstecken, wessen Geistes Kind man ist. Okay, das heißt, es gibt auf der einen Seite dieses Pseudo-Intellektuelle, auf der anderen Seite dieses Offen-Krawallige. Jetzt interessiert mich vor allem aber, wie denn die Beziehung zur AfD ist. Ann-Kathrin, die AfD hat also ein ziemlich breites Netzwerk von Personen und Organisationen, die ihr politischen Beistand leisten und eindeutig der rechtsextremen Szene angehören. Wie verhält sich denn die Partei offiziell dazu? Also das ist ganz interessant. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Spitzenfunktionäre der AfD, die diesem Vorfeld sozusagen Beifall heischen, die sich bei denen bedanken, die auch sagen, wir sollten da keine Distanzierung haben. Das bringt uns nichts weiter. Wir dürfen vor dem Gegner, also uns allen, den anderen Parteien, Medien, wem auch immer, dem Verfassungsschutz nicht niederknien und nicht einknicken sozusagen. Und gleichzeitig versucht man ja immer noch, was Absurdes, wenn man die letzten zehn, elf Jahre AfD verfolgt hat, zu sagen, wir sind noch eine bürgerliche Partei, wir sind überhaupt nicht rechtsextrem, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und dazwischen changiert das so ein bisschen. Das konnte man super gut beobachten bei diesem Vorgang des Innenministeriums gegen Kompakt. Denn da hatte dann die AfD, hat sich sehr damit solidarisiert mit dem Magazin und hat sozusagen gesagt, wir sind jetzt hier in der Diktatur, wenn die Innenministerin das einfach macht und so. Und gleichzeitig gab es dann auch ein paar, die sagen, naja, eigentlich ist das jetzt auch nicht so meine Art und Weise, wie jetzt so ein Elsässer redet. Ja, also so rede ich selber auch nicht. Also in der AfD gibt es dann so ein paar, die das auch komisch fanden, die aber sich öffentlich halt nicht sozusagen distanziert haben oder höchstens mal mit einem Tweet gesagt haben. Also Kompakt lese ich jetzt nicht, aber es ist natürlich trotzdem schlimm, wenn das Innenministerium das macht. Das heißt, es ist schon so, dass dieses Vorfeld eng an die AfD angebunden ist und jetzt nicht nur so zufällig dieselben Interessen verfolgt und in ihrem Interesse arbeitet. Nein, also die AfD hat sehr gut erkannt, dass dieses Vorfeld ihr hilft bzw. seid eben auch der Flügel, den es ja offiziell nicht mehr gibt. Aber die Ideologie des Flügels, also das Völkische in der Partei halt ein Mainstream ist, muss man sagen, ist halt auch das Vorfeld nochmal besser gelitten. Und es gibt super viele Verbindungen. Also Leute, die als wirklich prominente Stimme des Vorfelds gelten können, sozusagen in der Szene, die einen Job im Bundestag bei einem AfD-Abgeordneten haben, die in Landtagen bei denen arbeiten. Der Mann, der mit Kubitschek diese Denkfabrik aufgezogen hat und über lange Jahre geleitet hat, arbeitet im Landtag in Brandenburg für die AfD. Also gibt es sehr, sehr viele personelle Verbindungen. Man sieht auch, dass man darauf reagiert, was die so für Vorschläge machen, dass man Gastbeiträge in diesen Medien macht. Also da gibt es, dass man in die Podcasts geht. Also alles, was man sich vorstellen kann, passiert. Also über die AfD hinaus auch andere rechtsextreme Kräfte in der Politik, die damit angesprochen werden? Ja, interessanterweise hat zum Beispiel der Chef der Heimat, wie sich die NPD heute nennt, inzwischen auch immer wieder mit diesen Medien und diesen Aktivisten interagiert. Und Götz Kubitschek hat zuletzt auf seinem Blog auch ein Interview mit Frank Franz, also diesem Heimatchef veröffentlicht. Das heißt, auch da wieder eine kleine Grenzverschiebung nach ganz außen. Man hat Frank Franz sogar so als Experten quasi genommen, was können wir für das AfD-Verbotserfahren das Mögliche lernen, weil das ja der Heimatchef quasi gerade mittendrin steckt. Götz Kubitschek. Ihr habt ja auch darüber berichtet, dass diese zentrale Figur des Vorfelds, Götz Kubitschek, mit Höcke befreundet ist. Der wiederum hat jetzt gerade mit einem sehr aggressiven Wahlkampf in Thüringen das bisher beste Ergebnis für die AfD erzielt. Was heißt das denn für künftige Wahlkämpfe? Es wird ja auch bald in Brandenburg gewählt. Ja, interessanterweise habe ich mich dazu gerade erst umgehört. Und in der AfD Brandenburg ist man jetzt überzeugt, dass der Kurs, den man eh schon gefahren hat, der richtig ist, der nämlich sehr nah am Höcke-Kurs war. Und dass man jetzt aber noch mehr sozusagen auf den Thüringer Wahlkampf umschwenken will. Man hat jetzt Höcke nochmal angefragt, ob er nicht noch zusätzliche Termine machen kann. Andere Thüringer Wahlkämpfer wurden angefragt, um Reden zu halten im Brandenburger Wahlkampf. Also ganz klar diese völkische Neurechteausrichtung, die man wie gesagt in Brandenburg eh schon hatte, die soll jetzt nochmal gestärkt werden. Auch interessant, weil gerade in Sachsen, da war ja auch gerade Wahlkampf, man eher so ein bisschen so ein Anti-CDU-Ranwanzen-Wahlkampf gemacht hat. Also da ist man ideologisch auch komplett bei Höcke. 95 Prozent Übereinstimmung, sagt selbst der Spitzenkandidat. Aber man hat so ein bisschen damit gespielt, dass man sich auch mäßigen könnte auf eine Art und Weise. Und das ist aber ja nicht so erfolgreich gewesen wie der Thüringer Wahlkampf. Und deswegen sagen jetzt alle, okay, der Thüringer Kurs war dann doch richtig, Höcke hat nicht geschadet. Das haben eh nicht mehr so viele in der Partei behauptet, aber die haben jetzt gar keine Argumente mehr so ungefähr. Und Mäßigung wäre auch nicht im Interesse des Vorfelds, wenn ich das jetzt so richtig deute. Das waren jetzt schon sehr viele spannende Details. Lass uns einmal den Shortcut Schnellcheck machen, damit das Wichtigste hängen bleibt. Erste Frage, was ist das Vorfeld der AfD? Das Vorfeld sind Aktivisten und Organisationen rund um die AfD, die sich darum bemühen, den Diskurs nach rechts zu verschieben, damit die AfD noch mehr Stimmen kriegen kann. Und welche Bedeutung hat es tatsächlich für die Wahlerfolge der Partei? Tatsächlich ist meines Erachtens die Diskursverschiebung der Hauptgrund, warum die AfD überhaupt so erfolgreich sein kann. Und da hat ja das Vorfeld dann eben einen Anteil und eben damit rechtsextreme Kampfbegriffe widersagbar zu machen. Und was heißt das für die inhaltliche Ausrichtung der AfD? Die AfD ist sowieso schon auf einem völkischen Kurs und das Vorfeld bemüht sich sehr darum, dass es dabei bleibt und er noch mehr in diese Richtung geht. Das war es mit Shortcut von meiner Seite. Vielen Dank für deinen Besuch an Katrin und deine Expertise. Sehr gerne. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, warum die AfD gerade in Ostdeutschland so erfolgreich ist, dann schaut oder hört gerne in die Folge vom letzten Freitag rein. Vielen Dank euch fürs Dabeisein. Wir hören uns bald wieder. Es ist ja immer genug los.